Hallo, ich grüße dich! Willkommen bei meiner neuen Serie über die Vorhersagen für die chinesischen Tierkreiszeichen im Jahr des Wassertigers 2022. In diesem Video geht es um den Affen. Bleib also dran! Affen haben dieses Jahr die exponierte Stellung, dass sie in Konflikt mit dem Jahrestier des Tigers stehen. Das führt erfahrungsgemäß immer zu Herausforderungen und Veränderungen. Und daher ist es sehr wichtig, dass Affen dieses Jahr bereit sind, diese Veränderungen auch anzunehmen, denn sonst werden sie nur Schmerz und Probleme bekommen. Man muss immer schauen, was man aus der Energie, die einem geliefert wird, macht. Und dieses Jahr ist einfach diese Flexibilität gefragt und das Umarmen von neuen Situationen, anstatt diese abzulehnen. Wenn dir das gelingt, so kannst du nämlich einige Gelegenheiten schaffen für dich und kannst beruflich gut vorankommen. Du solltest die Veränderungen auch nutzen, um neue Kontakte zu Netzwerken aufzubauen, Leute, die dich weiterbringen, die dir deinen Horizont erweitern, die dir neue Impulse geben und vielleicht auch dir dabei helfen, deine Finanzen besser zu managen, denn dieses Jahr kannst du einiges Geld verlieren, wenn du nicht aufpasst. Also vorsichtig sein bei riskanten Investments, kein Glücksspiel betreiben, diese Szenarien mit dem schnell reich werden, das wird dieses Jahr bei dir nicht aufgehen, du wirst da eher Geld verlieren. Auf der anderen Seite kannst du Geld machen, wenn du unterwegs bist oder auf ausländischen Märkten unterwegs bist, sozusagen auch über das Internet. Du musst nicht mal dein Haus verlassen. Es geht eher darum, wo deine Kunden sitzen oder deine Klientel. Also da kannst du schauen, ob du über die sozialen Medien, über das Internet oder auch tatsächlich direkt durch Reisen Geld machen kannst. Du solltest allerdings unterwegs vorsichtig sein, dass du vorsichtig fährst, alle Versicherungen abschließt, damit dir da auch nichts passiert. Emotional kann der Affe dieses Jahr ein bisschen in Schieflage sein immer wieder, dass er sich über Dinge aufregt, die ihn vielleicht schon lange stören, aber anstatt nur zu jammern und nichts zu ändern, sollten die Affen dieses Jahr auch wirklich mal das angehen und eine Veränderung zum Positiven für sich herbeiführen. Unterstützen kann dabei Meditation oder Achtsamkeitsübungen. Ich empfehle auch immer die Arbeit mit seinem eigenen Hüter des Schicksals, das hilft sehr gut zu einem inneren Gleichgewicht, einer besseren Intuition, den kannst du bei mir erfahren. Allerdings macht auch der Affe nur 12,5 Prozent in deinem ganzen Chart aus, in deinem ganzen Barze-Diagramm, das deine Persönlichkeit und dein Leben darstellt. Für eine genauere Analyse fürs Jahr brauchst du eine individuelle Jahresprognose, einen Jahrescheck, den kannst du bei mir machen. Wenn dich allgemeine Trends interessieren oder das Thema Astrologie, chinesische Astrologie oder auch was du im Feng Shui tun kannst, um das Beste aus diesem Jahr zu machen, dann empfehle ich dir mein Buch mit der Prognose für das Jahr des Wassertigers 2022, das auf Amazon erschienen ist. Viel Erfolg in diesem Jahr wünscht dir Cornelia Cara. Tschüss! Das war's! 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 Untertitelung des ZDF, 2020